Guten Tag, werte Freunde des Let's Play-Schauens, äh, hier ist wieder Raskus und wir machen weiter mit diesem wunderbaren Spiel auf Doom. Äh, ja, eigentlich im letzten Part hatten wir den grünen Kristall gesammelt, das war cool und, ja, eigentlich viel mehr hatten wir gar nicht gemacht, ich hab mal gesehen, ich wette das war der Schalter, ja, diesen Schalter hatte ich vergessen, beim letzten Mal zu aktivieren und jetzt ist er aktiviert, jetzt können wir uns freuen. Ich werde, da kommen gleich ganz viele Gegner raus, ich meine, das wäre so gewesen und in diesem Part werde ich euch auch endlich richtig mal zeigen können, was die Macht überhaupt ist von dem, ah, kommen keine mehr raus, cool, was die Macht ist von dem grünen Kristall-Teil. Oh, fress das! Oh, der hat zurückgewährt, na gut, aber die ganzen umherschwirrenden Blitze, wenn das nämlich abgewährt wird, teilt sich das in andere Blitze und die umherschwirrenden Blitze haben die dann doch noch platt gemacht. Da bringt Abwehren also überhaupt nichts. Ja, da ist ja viel geöffnet worden jetzt, äh, ich denke mal, das können wir mal uns freuen. Äh, und, ja, Raskus ist leider nicht so schnell wie Jaco, deswegen wird das noch etwas dauern, bis wir angekommen sind. Schade, schade. Oh ne, hier ging's vor allem nicht so lang, hier ging's zum Kristall. Lalalala, wo bin ich überhaupt? Ach da, Mist. Jetzt haben wir so schon die drei Grundfarben von einigen Sachen. Zwar nicht die wirklichen drei Grundfarben, aber die drei Grundfarben, zum Beispiel bei Fotokamera-Dingensda-Einstellungen bei mir zumindest, äh, und so weiter. Von daher, egal. Jedenfalls, drei bestimmte Grundfarben. Und drei Pflanzen treffen wir hier auch. Zack. Ha, ich wusste es. Und schlägt da nämlich, was, die Pflanzen, Pflanze hat das gerade geblockt, wie soll die das denn machen? Ich wette, wir müssen erst noch das obere machen. Puh, da war jetzt nichts mehr. Ich wette, wir müssen erst noch das Gatter da oben, was wir jetzt geöffnet hatten, durchlaufen. Denn sonst wäre es ja sinnlos gewesen, das überhaupt zu öffnen. Ha, ich wusste es. Oh, ein schwarzer Ritter. Stirb, stirb. Hallo? Ich sagte, stirb. Hehe. Ähm, scheiße. Jetzt sterb doch. Also die ganzen Zusatzblitze, die bringen es schon ziemlich... Oh, noch mehr? Jetzt reicht es mir aber. Wow, 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 wow. Ihr wollt wohl echt Streit, oder? Scheiße. Ich bin ein Idiot. Auf der anderen Seite ist noch einer. Irgend so ein Schütze. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, ähm... Vielen Dank, Sir Raskus, ihr seid ein wahrer Held. Gefunden. Ein Stück des verlorenen Schlüssels, schon wieder. Wusste ich's doch. So. Drehattacke. Barrel Roll. Tool Barrel Roll. Kannst du mir das bitte mal kaputt machen hier? Schade. Was? Ach, deswegen. Der hat schon so oft dagegen gehauen, dass das alles mit einem Hieb geht, oder wie? Okay. Friss mal selber. Friss einfach das. Ich bin ein Idiot. Mein Blitz ist stärker als deiner. Scheiße, ich muss schnell auf die andere Seite. Okay. Auf die andere Seite. Du Barrel Roll. Ähm... Scheiße, scheiße, scheiße. Muss ich aber schnell durch. Friss. Das. Du Penner. Du Barrel Roll. Raskus. Ha, ich wusste es doch. Aber wenigstens kriege ich hier wieder ein bisschen Energie. Die sind ja echt sparsam momentan mit der Energie, aber... Na gut. Das kann ich hier wieder gegen Pflanzen kämpfen, oder auch nicht. Äh... Ich hoffe, dass wir hier kein Fleilex-Artefakt mehr finden müssen. Ich meine, die Baumstämme könnte man auch zertrümmern. Und genau. So war das meine Schmäh gewesen. Boah, ich verschanz mich hier erst mal. Erst mal hier wieder Energie. Das ist gut. Jetzt habe ich insgesamt ziemlich einen Energiezuwachs jetzt bekommen. Ich weiß jetzt zwar wieder mal nicht, was dadurch irgendwie ausgelöst wurde, oder so. Aber gut. Anscheinend nix. Wow, wow. Ihr seid jetzt ja richtig hart dran, hier. Jetzt reicht's mir aber. Ja, jetzt reicht's mir aber. Jetzt nimmt meine Macht der Zerstörung. Fress. Ich hoffe, die anderen Blitze haben jetzt auch ein bisschen was gebracht gegen die anderen. Aber ich glaube eher nicht. Okay, das hat's auch irgendwie gebracht. Chuck, Chuck. Hey. Hey. Do a barrel roll. Ach, nee. Yay. Abschmackung. Kamiamiya. Ich bin ein Jod. Kamiamiya. So, jetzt war's das. Baumstamm. Okay, diesen Baumstamm kann man nicht zerhacken. Genau wie dieses Gebüsch. Planlos rumlauf. Ich nenne diesen Part verirrt in Banterras. So heißen diese Wälder, glaube ich. War zumindest so gewesen. Do a barrel roll, auch wenn man das jetzt nicht so gut sah. Ja, ich wusste, da war noch was. Nein. Mist. Boah, Stier. Niemand wagt es, sich Raskos anzulegen, ohne der Beryl Roll zu entkommen. Ach, nee. Andersrum. Und niemand entkommt der Beryl Roll von Raskos. Do a barrel roll. Auch wenn das nie was bringt eigentlich hierbei. Ist genauso sinnlos wie, was weiß ich. Es ist deswegen auch mehr so Wirbelattacke als Beryl Roll. Aber gut. Beryl Roll ist einfach zu cool, um hier in diesem Spiel gut zu sein. Äh. Egal. Kann ich hier nicht rein? Penner. Hm. Ich suche nach dem rechten Weg. Ich will diesen Part jetzt eigentlich nicht unbedingt. ewig lang machen, aber... Ist hier noch was, irgendwie? Ach, da kann ich da rein, oder? Ich werde dabei schon noch nicht drin. Na klar. Zack. Türchen offen. Ich denke, wenn wir die nächste Quest hier gemacht haben mit dem fetten Mann da unten, dann könnte ich eigentlich theoretisch gehen. Es sei denn, dass ich jetzt irgendwie der Geliebte von der Frau da oben, dann ist das Leben natürlich zu Ende. Aber ich hoffe es mal nicht. Auch für die Frau. Also da fände ich Raskus echt noch besser als Freund, als diesen Typi da. Obwohl Raskus natürlich einen schlimmen Humor hat. Der lacht ja einfach immer nur. Boah. Das gibt's ja wohl nicht. Wo geht's hier lang? Verehrt in Banteras. Yay. Diesmal wurde ich nicht getroffen von dem dummen Vieh. Das gibt's doch nicht. Können wir ihn doch nicht machen. Tja, friss das. Du Barrel-Raul. Wieso? Wo geht's denn jetzt hier lang? Hallo? Ich weiß ja, dass man sich an vielen Orten verirren kann, aber hier? Äh, im Dschungel, genau. Ich will nicht. Och Mann. Wo geht's hier lang? Ich will nicht sterben. Das ist doch eine Scheiße. Hier waren wir schon. Wo ist denn jetzt das verdammte Gatter? Man. Könnt ihr doch nicht machen. Hier. Ihr Penner. Wenn's jetzt hier ist, ne? Boah. Ich hasse euch dafür. Energie. Jetzt muss ich sowieso wieder Leute töten, also nehm ich lieber das hier. Sieht ja hässlich aus. Aber der hat doch unten noch Haare, oder? Suraskus. Gott sei Dank, ihr seid zurück. Diese Ranken haben ein paar meiner Freunde gefangen genommen. Bitte befreit sie. Ach das. Ach das. Ja. Das weiß ich noch. Aber wir können Ranken jemanden gefangen nehmen, bitteschön. Du Penner, lüg mich nicht an. Das geht gar nicht. Okay. Bringt das schon mal nichts. Tue Berylroll. Tue Berylroll. Uah. Ja. Jetzt läuft er zu seinem Kumpel. Huah. Huah. Tue Berylroll. Mano, wieso macht er keine Berylroll? Ups. Diese Nebengeräusche kamen gerade davon, dass ich den Laptop offen tisch gehauen hab. Äh. Wo er draufsteht. Egal. Ja komm, du kannst außen rumlaufen, du Penner. Zumindest jetzt kannst du fliehen. Bist ein Idiot, weißt du das? So. Du Berylroll und stirb. Yeah. Donkeseuraskus. Kriege ich nix dafür. Okay. Ich kämpfe nach dem Kodex. Ich brauche gar keine Belohnung, aber... Komm jetzt. Das ist nicht fair. Du Berylroll. Ich brauche ne Belohnung. Sonst werde ich sauer. Ranke, wo bist du? Wo bist du? Bist du weg? Richtig umgebracht. Du Berylroll. Ach, ich glaube, das hat der Blödmann selber weg gemacht. Wow. Geht gar nicht, oder? Egal. Chuck. Wum. Dure Berylroll. Berylroll. Zwei. Du Berylroll. Berylroll. So jemand wie ihr wollt Berylroll-Künstler sein, ey. Jetzt reicht's aber. Oh ja, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir jetzt auch mal, dank des Hauptmanns, der da oben herkommt, sterben. Ich sterbe noch kurz, okay? Ähm, nur sterben. Sterben, sterben, sterben ist nicht leicht. Wenn man sterben will, dann wird es einem immer erschwert. Diese beiden Blitze haben den Hauptmann umgebracht. Ich lebe noch. Scheiße. Aber das machen wir im nächsten Level sowieso nochmal. Oh, noch ein Hauptmann. Stirb. Und sterben kann ich nicht gut. Ach, Energie. Wie schön. Oh, sterb. Ey, ich will sterben. Bring mich erstens. Entweder bringst du mich um, ich feuere den Blitz ab, wenn es geht. Ich müsste mich bis dahin umbringen. Sonst seid ihr tot. Hehehe. Hallo, kann ich mal sterben? Ich will den Part beenden. Ich bin eine Jod. Hehehe. Aber egal, ich will ja sowieso sterben. Wir sehen ja sonst nie, wie es aussieht, wenn man stirbt. Hehehe. Weil ich so gut bin. Guck mal, gegen solche Penner kann man gar nicht verlieren. Und töte mich. Töte mich endlich. Neustart. Oh. Gut, bis dann. Oh, dann müssen wir an der Merle. Euer, ja, bis dann. Ciao. Oh. Ciao. Ciao. Ciao.